Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Valor-Share-Zock-Kanal, zur weiteren Folge NBA 2K23. Und ja, Leute, wir sind hier jetzt in der Season 29-30, also wir haben schon einige Jahre jetzt hinter uns, ne, und haben hier und heute die Opening Night. Was ich noch machen wollen würde, ist, kurz mal in die Free Agency zu schauen. Denn hier sind durchaus interessante Leute, ne, Servidian Sivridis, der irgendwie nie in der Liga spielt. Bei denen kann man wenigstens sagen, der ist das ganze Ende in der Euroleague. Ne, ich würde es eh geil finden, ne. Also ich würde es richtig krass feiern, wenn es europäische Ligen geben würde, ne. Einfach, weil man dann was anderes auch mal machen könnte, ne. Aber gut, bis die das irgendwann mal einführen, das kann lange dauern, ne. Aaron Gordon hier sogar noch, Free Agent, auch interessant. Jabari Walker, Buschkamp, Pitadze, Law hier. Ein paar Leute auf jeden Fall die interessantsten, auch noch Chris Dunn. Ein paar interessante Namen. JP Dende, war der nicht mal hochgepickt? 15. Na gut, weil wenn man auch mal, äh, wenn man dann auch mal Dings hätte, ne. Europäische Teams, da hätte man auch mal ganz andere Spieler, die man vielleicht aus Europa mal holen könnte, Talente daraus. Oder auch mal Spieler, die, wie jetzt zum Beispiel hier in Sivridis, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, der könnte dann auch in Europa zocken, so ein bisschen den Miro-Titsch machen und Co, ne. Das wäre schon voll interessant, auch mal Euroleague, ne. Hätte ich echt mal Bock drauf. Also ich hoffe, das bauen die irgendwann mal ein. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice, ne. Das ist eine meiner Hoffnungen, dass wir irgendwann europäische Ligen haben. Klar, die NBA ist das Nonplusultra. Ist das, worum es geht. Sollte immer der Fokus sein. Aber come on, 2K. Holt uns mal ein paar europäische Ligen, das wäre schon nice. Aber gut, gehen wir auf jeden Fall rein in die Opening Night. Wir spielen hier auch gegen die Cleveland Cavaliers mit Darius Garland, Desmond Bain, Typhon Caladanis, Evan Mobley und Isaiah Stewart. Wir mit Jalison Ramirez, Pittman, Barnes und Pasta Zoglu. Wir nutzen das Ganze mal und nehmen mal die Statement-Jerseys, wenn die sich mal ändern. Genau, perfekt. Wir spielen hier also mit den Statement-Jerseys, dann sollen das die Cavs aber auch mal machen, ne. Spielen die auch mit den Statement-Jerseys. Und dann gehen wir hier rein in die Opening Night. Ihr kennt das ja, Opening Night wird immer ein bisschen mehr gezockt. Wobei man diesmal sogar echt sagen muss, dass wir ja nicht mal so viel zu testen haben, weil eigentlich hat sich nicht so viel getan, ne. Ja, komm. Dieses Nationalhymne vor jedem Spiel, finde ich, jo, finde ich voll übertrieben bei den Amis, ne. So in den Playoffs oder vor wichtigen Spielen, cool, ne. Aber nicht jedes verdammte Spiel. Aber gut, da sind die Amis ja eh ein bisschen eigen mit ihrem Patriotismus, ne. Garland nimmt den ersten Dreier und trifft den gleich. Sollten wir ein bisschen besser defenden, ne. Scotty Barnes. Ja, der Screen war nicht gut gestellt von Pitman. Dafür dann nochmal ein Screen. Jetzt hier Ramirez, schöner mit Ranger Stark. Waren gute Blocks hier gestellt für ihn, ne. Beziehungsweise der erste zum Dreier war weniger gut. Aber danach war es ganz gut. Die Season hier ist ja eh für uns eine, wo ich ganz klar ja gesagt habe, ey, wir gehen Richtung Entwicklung, ne. Für so Leute wie Jali, Son und Co. Und passt dazu, blublock den Ball, sowas von weg, ne. Und jetzt hier Ramirez dankt ihn rein stark. Macht der stark hier Ramirez, dankt ihn einfach rein, ne. Es ist für uns eh eine Entwicklungssaison, ne. Wo man ganz klar sagen muss, wir gehen den Fokus nochmal komplett auf Entwicklung. Wollen nochmal schauen, okay, was geht bei unseren Spielern. Wer kann sich wie nochmal entwickeln. Wir nehmen auch etwas weniger erfolgreich zu sein im Kauf. Schöner Dank von Isaiah Stewart, die richtige Antwort. Also, wir nehmen den kurzfristigen Erfolg, also gerne in den Kopf, dass wir etwas weniger erfolgreich sind, wenn dafür die langfristige Entwicklung stimmt. Scotty Barnes hier mit dem Dreier. Im Best Case können wir unsere Spieler extrem gut entwickeln und sind noch erfolgreich, ne. Das wäre natürlich der absolute Best Case. Aber da muss man natürlich auch mal schauen, ob es dann diese Möglichkeit gibt. Ramirez hier mit dem Foul. Monster Block von Pastor Zoglu, ne. Das war wirklich ein Monster Block, wie er da hochspringt. Garland hat es da versucht mit dem Floater, aber so nicht. Nicht mit unserer Nummer 48, mit unserem Griechen. Stewart. Cara Danitz. Desmond Bane. Steele stark. Scotty Barnes hatte den. Jetzt haben wir hier Pitman. Pastor Zoglu stellt den Screen. Schön zum Korb gecuttet von Ramirez und er macht den nächsten rein. Also, Armando oder Ramirez hat gleich mal Bock zu zeigen, was er diese Saison so vorhat, ne. Der will auch einen großen Entwicklungssprung machen. Garland nimmt den Dreier, trifft den Dreier nicht. Pastor Zoglu mit dem Rebound. Jetzt hier Jalison. Ramirez nur mit dem Fake. Jetzt hier gegen Kader-Denis. Fake den. Jetzt hier Scotty. Pastor Zoglu kommt zum Screen. Und jetzt hier der Kick-Out-Pass. Ramirez macht ihn nicht rein. Kurze Pause. Denn ich kriege hier gerade Tee. Danke dir. Weil mein Hals noch ein bisschen schleimig ist. Schön frischen Kamillentee hier, ne. Schön heißen Kamillentee. So muss das sein, ne. Im Stream kriege ich immer meine Süßgetränke. Und hier kriege ich dann meine schönen Kamillentees. Jetzt hier der Abspiel, aber nicht mit Pasta Zoglu. Pittman erst der Fake. Und dann macht Chester Pittman den rein, ne. Ganz stark. 12 zu 5. Also wir starten sehr gut rein. Garland. Nimmt das 1 gegen 1 gegen Jalison auf. Oh, Jalison mit dem Block. Und angeblich voll von Pasta Zoglu. Müssen wir leider akzeptieren, ne. Zaya Stewart macht den ersten rein. Der zweite ist da nicht drin, ne. Ramirez, der Fake klappt. Ja, der Dreier dann leider nicht, ne. Bei den Dreiern treffe ich noch nicht so mit Ramirez. Das struggle ich noch ganz schön, ne. Midranger ist gut mit ihm. Der Dreier, der gefällt mir noch nicht. Jetzt hier Bane. Oh, wurde der gefault. Desmond Bane. Den macht er rein. Und der ist auch drin, ne. Barksdale jetzt schon rein rotiert. Passt da Zoglu. Wird da weggeblockt, aber Scotty Barnes ist ja da. Barksdale macht den Dreier leider nicht rein. Ah, Garland. Wird da gedoppelt, Garland. Stewart. Hat den nicht selber machen wollen. Desmond Bane gegen Pasta Zoglu. Schwieriger Wurf. Macht der nicht rein. Rebound von Isaiah Stewart. Jetzt die Kader-Denis mit dem Dreier. Der ist auch nicht drin. Am Ende hat Pasta Zoglu den. Barksdale jetzt die Chester Pittman. Da kommt Scotty. Wir brauchen den Screen von dir. Sehr schön. Aber der ist da nicht drin. Der ist dann leider nicht drin von Scotty. Oh, fast der Stil von Jalison. Aber ein Fast-Stil ist natürlich nichts wert. Und jetzt hier. Passt da Zoglu war da gut dran. Hat er stark gemacht, unser Grieche. Versucht sich da durch zu fighten. Und jetzt hier beim Sprungball. Ah, der Ball ist bei den Cavs. Evan Mobley. Ja. Rebound ist dann bei den Cavs. Aber da ist der nächste Block. Und da ist noch ein Block. Pasta Zoglu blockt hier jetzt alles weg. Richtig starke Aktion von Pasta Zoglu gewesen. Mit Ranger von Scotty. Nein, der ist nicht drin. Schade. Das hätte jetzt richtig die Halle hypen können. Und der nächste. Es sind vier Blocks im ersten Viertel von Pasta Zoglu. Junge, der Grieche blockt gerade alles weg. Wirklich alles. Monster. Monster dieser Pasta Zoglu. Vier Blocks im einem Viertel. Und jetzt auch noch hier die schöne Hände von Pasta Zoglu. Was bist du für ein guter Spieler, Junge. Also das ist gleich mal ein Statement, wie man in die Saison startet. Desmond Bain. Na, da gehe ich zu früh hoch. Na, wieder zu früh. War ich ein paar Mal zu früh eigentlich oben. Den machen sie nicht. Und Pasta Zoglu erobert sich dann den Ball stark gemacht. Blatt rüber, jetzt hier Pittman, Jalison. Scotty Barnes mit dem Screen. Jalison spielt den rüber. Scotty Barnes Catch and Shoot. Geht leider nicht rein. Jetzt hier Mobley. Boah, wieder Pasta Zoglu, der fünfte. Der fünfte Block. Schöner Pass. Chester Pittman macht ihn rein. Schönes Transition Game. Wir zocken mal so bis Minute zwei runter hier im ersten Viertel. Ich habe echt noch Bock mit der Mannschaft. Und dann gucken wir, ob wir eine Crunch Time haben. Ich gucke mal, ob ich schon einen Schluck Tee trinken kann, ob der noch zu heiß ist. Ah, der ist noch sehr heiß. Ah, meine Lippe, Alter. Er ist noch sehr heiß. Carl Deniz. Stewart. Anthony. Cole Anthony jetzt mit am Start. Cole Anthony. Garland wird freigelassen. Pasta Zoglu hat den Start. Chester Pittman. Jetzt hier Scotty. Scotty Barnes. Scotty Barnes setzt sich da gut durch. Macht da stark hier gegen Stewart. Guckt euch das nochmal an, was Scotty Barnes da macht. Schön nochmal die Hände gewechselt. Wir spielen noch so bis Minute zwei ungefähr. Der im ersten Viertel hier schön fiel in der Opening Night. Garland. Und, oh mein Gott, Pasta Zoglu mit dem nächsten Block. Das dürfen jetzt sechs Blocks schon sein. Und jetzt auch noch diese Übersicht, die er auch noch hat. Für Chester Pittman. Ist das stark. Ist das stark, was dieser Pasta Zoglu gerade spielt. Also entwickelt er sich jetzt auch noch hier zu einem Nikola Jukic mit Playmaking Skills oder was. Also blocken kann er auf jeden Fall schon mal wie Mutombo, ne? Jetzt noch Playmaking Skills wie Jukic. Und Rebounding wie ein Dennis Rodman, dann passt das. Und der nächste Ball, der bei uns ist. Also diese Defensive, die killt gerade die Cavs. Pasta Zoglu. Na, Pasta Zoglu jetzt hier gegen Isaiah Stewart, na? Postgame ist eigentlich nicht so seins. Der Fake, noch ein Fake, gibt den dann ab. Und dann verliert er den Ball leider. Hat sich damit seine Hitze ein bisschen versaut. Aber da ist Jalison, der den gleich wieder hat. Der Ball auf ihn mit Ranger. Macht er nicht rein, leider. Schade. Pittman versucht zu stören. Na, wohin jetzt? Boah, okay. Mobley macht den. Stark. Stark gemacht von Evan Mobley. Wäre auch wild, wenn Pasta Zoglu noch einen Block hätte, ne? Karadenis war eigentlich sehr weit weg zeitweise. Und der ist easy. Easy reingegangen in die Zone und passt dazu, Lu. Den Dank der Mitleichtigkeit. Also der Grieche jetzt auch das erste Mal gepunktet, ne? Der hatte bisher mehr Blocks als alles andere. Muss man auch erstmal hinkriegen. Garland. Na, weil der ging nicht zu viel mit ihm hoch. Scotty Barnes hat da gut gestört. Und am Ende ist es unser Ball. Jalison. Wittchen's Dribbling. Jalison. Was macht er damit? Karadenis lässt ihn da komplett stehen. Macht ihn leider nicht rein. Am Ende ist Pasta Zoglu da. Macht ihn auch nicht rein. Holt sich den nächsten Rebound. Gibt den Ball nochmal ab. Jetzt ist Scotty. Okay, jetzt muss Pasta Zoglu irgendwas probieren. Ja, holt sich den Ball wieder. Jetzt hier der Kick-Out-Pass auf Scotty Barnes. Das ist genial. Also wie stark ist gerade bitte Pasta Zoglu? Der hat sieben Rebounds, drei Assists, fünf Blocks und zwei Punkte. Timeout Cavaliers. Wir gehen in die Zimmer, ne? Wir gucken mal, ob wir eine geile Crunch-Time kriegen. Boah, ist nicht so weit weg, ne? Mal kurz gucken. Pasta Zoglu hat sieben Blocks. Ich will das hier zu Ende spielen, Leute. Ich hab da Bock drauf. Mit Pasta Zoglu und Cody weiter zu zocken, ne? Wobei gerade Bilovic drauf ist. Amiris versucht's mal. Okay. War eigentlich kein schlecht gestellter Screen. Cannon jetzt auch mal wieder mit ihm zu zocken. Auch mal nice, ne? Der Ball ist bei uns. Stark. Bilovic soll gleich raus. Da kommt dann Pasta Zoglu rein. Jetzt hier Scotty Barnes. Lässt er seinen Gegenspieler auch einfach stehen. Stark. Scotty Barnes einfach hier mit 22 Punkten. Also auch ein guter Auftakt für ihn, ne? Wenn man sich das mal anguckt. 22 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists. Also Scotty Barnes auch wirklich mit einer perfekten Opening Night, ne? Na, Garland hat den. Garland macht den nicht. Dann gehe ich zu früh hoch. Gehe ich nochmal zu früh hoch. Dann machen sie den. Wir nehmen mal eine Timeout. Ich will Pasta Zoglu drin haben. Wenn jemand schon sieben Blocks hat, die Chance hat, vielleicht noch ein paar mehr zu machen, dann will ich ihn drauf haben, ne? Oh, Scotty kriegt ja den Screen. Stimmt, OG Ananobi ist jetzt auch mal drauf, ne? Mit denen haben wir bisher auch noch nicht gezockt. Scotty Barnes. Scotty gegen Mobley. Ah. Ja, war dann Transition Take-On, ne? Gut. Ist dann natürlich ärgerlich. Wenn die es so werten, aber gut. Pasta Zoglu übrigens Double-Double. Was wild wäre, wenn wir einen Triple-Double mit Blocks hinkriegen würden. Das wäre richtig wild. So, was hast du jetzt vor? Desmond Bain. Stuart Garland. Nimm den wilden Wurf. Ah, der ist auch gut verteidigt. Der ist nochmal rausgegangen. Isaiah Stuart. Martin dann, okay. Martin. Sind nur 10 Punkte, ne? Wir müssen aufpassen. Jetzt hier Cannon. Ananobi kriegt dann den Block gestellt. Das war alles nicht so perfekt, um ehrlich zu sein. Jetzt hier Cannon kann da einfach davonziehen. Da sollte der Ball eigentlich nicht hin. Ananobi. OJ Ananobi zieht das Foul. Wichtig. Macht das gut, indem er dann einfach aggressiv ist, OJ, ne? Macht ihn rein. 5 von 5 Freiwürfen vor allen Dingen, ne? Also alle Punkte von OJ Ananobi oft an der Freiwurflinie hat man auch nicht so häufig. There is Garland. Cannon ist dran an Garland. Cannon ist stark dran gewesen. Schwierig jetzt hier für Garland. Jetzt bewegen sie sich nochmal viel. Jetzt hat Garland da den Wurf. Macht er nicht rein. War auch ein wilder Versuch. Cannon. Jetzt machen wir es ganz wild. Okay, das klappt nicht. Ich dachte, man kann mal sowas probieren. Boah, Barnes fast. Aber fast bringt uns nichts, ne? Viel zu spät dran gewesen, ne? Viel zu spät dran gewesen mit Pastazoglu. Pastazoglu gegen Stuart. Na, da kann er sich nicht durchsetzen. Das ist nicht sein Spiel, ne? Dieses Postgame ist überhaupt nicht das Spiel von Pastazoglu. OJ. OJ sucht vielleicht wieder hier den Drive. Vielleicht kann er wieder einen Foul ziehen. Fade away. Macht ihn leider nicht rein. Schade. Cannon. Nein. Boah, Garland macht das super. Super Abspiel auf Stuart. Und die sind damit wieder dran, ne? Wir wollen jetzt hier auch ein bisschen Druck erzeugen. Oh, der passt es gut auf Ramirez. Der faket den. Ramirez erstmal hier ein bisschen Zeit noch, ne? Ramirez... ...verliert den Ball. ...verliert den Ball. Nicht gut. Jetzt haben wir hier Kader, Dennis. Müssen wir aufpassen, ne? Garland nimmt den Wurf. Trifft ihn Gott sei Dank nicht. Ramirez hat den Rebound. Jetzt hier ein wilder... ...äh... ...wilder Pass, ne? Manch unten. Das ist alles nicht schlau gemacht. Warns hier mit dem Foul. Schlaues Foul. Verändert damit komplett hier die Transition. So ein bisschen... ...auch so ein bisschen hier gebrochen. Den Cavaliers-Vibe gerade. Jetzt müssen wir einfach nur vernünftig verteidigen. Vernünftige Defense an die Tag legen, dann gehört der Sieg uns. Schwierig. Und der nächste Block... ...und der nächste Block von Pass dazu. ...Zoglu Nummer 8. Jalison verliert ihn fast. Jetzt haben wir hier Jalison. Nein. Na, das war ein schlechter Pass, aber Scotty Bunster kann ihn haben. Wir nehmen mal kurz den Timeout hier, ne? Dass wir ein vernünftiges Play nochmal nehmen können. Dass wir zumindest nochmal ein vernünftiges Play machen können. Wir machen jetzt Full Risk. Oder lieber nicht. Der ist gar nicht so schlecht gewesen eigentlich, ne? Für das, was es dann war. Paradenis. Mowgli nimmt den. Der ist nicht drin, passt dazu. Du hattest den. Und damit ist das Game dann auch durch, muss man sagen, ne? Jalison, aber das Game ist durch. Sieg für uns. Opening Night gehört da mit uns, ne? Hier 110, 103 gegen die Cleveland Cavaliers. Ich versuche mal nochmal einen Schluck Tee zu nehmen. Mhm. Jetzt hat er die perfekte Wärme. Immer noch schön warm. Aber nicht so heiß, dass die Lippe brennt, ne? Ah, Kamillentee beste, ne? Ich kann euch nur empfehlen, holt euch wirklich losen Tee und macht euch dann selber so beutelmäßig. Niemals diesen Beutel-Tee holen. Das ist nicht mal ansatzweise ein geiler Tee, ne? Aber darum soll es hier nicht gehen. Wir gucken uns nämlich die Opening Night Stats an. Scotty Barnes 22 und 7. 7 Assists auch noch gepackt, ne? Ein Stil, super Performance von ihm. 4 von 10 Dreiern, auch voll solide. Ramirez. Der Dreier ist halt nicht so seins, muss man sagen, ne? Was hat er da? Hat eigentlich A plus 3, aber trifft den überhaupt nicht, ne? Auch im ersten Jahr hat er, gut, 39% ist eigentlich okay. Aber 15 Punkte, auch gutes Spiel gemacht. Pitman, 3 von 5 Dreiern, 6 von 10 Würfen, super Pasta Zoglu. Richtig starkes Double-Double mit 8 Blocks. Franchise-Racket übrigens, ne? Das sollte klar sein. Nicest Game. Bin sehr zufrieden. So kann man doch in eine Saison starten. So kann man doch erfolgreich in eine Saison starten, ne? Wir gehen jetzt natürlich auch ein bisschen vor, ein bisschen in die Summe, sodass wir die ersten 10 Games auf jeden Fall mal sorry machen. Das nutze ich das gleiche, um weiter Tee zu trinken. Schade, leider knapp verloren. Barnes hier, ne? Gute Performance wieder. Barksdale 13 Punkte, Jalison 12, Pasta Zoglu 8 und 8, okay. Donchic heute mit einem fetten Triple-Double, ne? War dann nicht zu stoppen, leider. Aber gut, ergebnistechnisch, wie gesagt, es ist wirklich auch in dieser Season so, dass man sagen muss, die Entwicklung steht über allem. Wir können von mir aus auch gerne eine Saison spielen, wo wir am Ende nur ein Lottery-Team sind, wenn dafür die Spieleentwicklung in die richtige Richtung geht, ne? Was nicht heißt, dass ich nicht gerne in die Playoffs komme, ne? Also ich werde viel lieber ein Playoff-Team und habe eine gute Entwicklung. Nächstes Double-Double von Pasta Zoglu. Barnes hat anscheinend wieder, wo ist denn Scotty? Ah, 12 Punkte, okay. Wieder eins seiner eher Low-Scoring-Games, ne? Shea hat hier nicht gereicht für die Spurs. Dann haben wir gleich Back-to-Back, ne? Einmal Sixers, dann Cavaliers. Dann gucken wir mal, was hier gegen die Cavs und danach erst gegen die Sixers und danach gegen die Dings geht, gegen die Cavs. Ah, na gut. Niederlage, ne? Niederlage gegen Zion Williamson und Embiid. Gegen die beiden Big Men war kein Land. Jetzt hier gegen die Cavs und das könnte schon wieder so ein Anfang werden wie in der letzten Saison, ne? So ein, wir gewinnen ein, zwei Spiele, wir verlieren ein, zwei Spiele, wir gewinnen ein, zwei Spiele, wir verlieren ein, zwei Spiele, ne? So ein schönes Hin und Her wieder. Oh, mega knapp. Mega knapp, dass wir es doch verloren haben. Weil Garland aber wirklich eine krasse Performance geliefert hat mit 41-10, ne? Okay, zweite Week machen wir auch noch hier, ne? haben hier das Spiel gegen Golden State und danach haben wir einen schönen Roadtrip, ne? Vier Games, äh, vier Games auswärts. Aber jetzt hier gegen die, gegen die Golden State Warriors, das ist auf jeden Fall ein Must-Win, ne? Warriors sind ein komplett kaputtes Team, einfach, seitdem die Curry-Ära vorbei ist. Boah, fünf Punkte in 53 Sekunden. naja, lass mal die Simo, das Spiel war leider schon rum. Schade. Aber gegen die Warriors, eigentlich musst du da gewinnen, ne? Auch wenn die 4-3 stehen. Jetzt hier die Grizzlies, die stehen richtig gut da, aber leider im Osten. Obwohl das ein klares West-Team ist und dafür ist Miami dann im Westen. Das stört mich immer noch. In der nächsten Off-Season achte ich da etwas genauer drauf. Aber wir hauen Memphis weg. Stark. Weil Chester Pittman hier so Career-High droppt. Also der droppt einfach mal 31 Punkte, ne? 7 von 8 Dreiern. Stark. Barksdale, super. Cannon, super. Barnes, naja. Pasta Zoglu hier, 11 und 5 Blocks schon wieder. Alter, der Typ ist eine Blocking-Machine, ne? Also Pasta Zoglu. Wir gucken gleich mal auf die Einzelspieler-Stats. Also wenn Pasta Zoglu hat, bestimmt irgendwie so 3, 4 Blocks im Schnitt, ne? Jetzt hier gegen die Nuggets. Ja, das sieht eher nach einer Niederlage aus, nach einer deutlichen Niederlage. Jedes Viertel bis auf das Letzte ganz knapp nicht verloren. Aber das reicht leider nicht. Gegen Akbaji. Gegen Leon Ramsey hier mit einem Hattrick, wollte ich gerade sagen, mit einem Triple-Double. Jokic auch in der Nähe des Triple-Doubles auf jeden Fall. Jetzt noch Cavaliers mit Tatum und Co. Dann gucken wir mal, ob wir am Ende 3 zu 6 stehen oder ob wir doch 4 zu 5 stehen. Dann wären wir schon wieder näher dran an der 50%. Wenn es eng ist, gehe ich auf jeden Fall auch rein. Ja. Das ist leider überhaupt nicht eng, ne? Das ist leider überhaupt nicht eng. Ja komm, wir machen noch die nächste Woche auch noch, ne? Ich würde gerne noch in ein Game reingehen, wo es eng ist. Andererseits ist es auch interessant, ob es dann entsprechend in die Richtung Rebuild geht, ne? Ja. Komm, die Spurs sollte man eigentlich schlagen, aber... Okay. Das ist dann doch eher nicht der Fall, ne? Barnes mit 3 Blocks immerhin. Ja, man muss auch sagen, wenn wir wirklich so ein Rebuild-Team sind, dann kann man auch diskutieren, ob man Scotty Barnes irgendwann abgibt für Picks, ne? Dann ist auch Barnes definitiv kein unantastbarer Spieler, ne? Aber das will ich halt auch erst entscheiden können, wenn man wirklich dann auch Richtung Rebuild klar und deutlich geht. Hier gewinnen wir jetzt deutlich gegen die Celtics. Das ist echt wieder so eine Achterbahnfahrt, ne? Ramirez starkes Ding. Jetzt gucken wir noch gegen die Mavs. Die stehen 1 zu 8. Krass. Also Mavs wirklich komplett Katastrophe. Die kommen hier auch nicht mehr ran. Easy win. Pitman wieder 30. Stanley, Barks, Jolly Son & Co. Okay. Wir gucken gleich mal auf Standing und so ein bisschen auf die Spieler-Stats, was wir so jetzt ein bisschen geleistet haben, ne? Aber komm, wir gehen noch mal. Ich habe noch mal Bock zu zocken, sonst gehe ich gleich irgendwo von Anfang an rein, ne? Wir simulieren noch gegen die Pacers und Hawks. Ansonsten spielen wir so die ersten Minuten wenigstens gegen die Jazz. Ich habe noch Bock, ein bisschen zu zocken. Ich habe keine Lust, jetzt hier nur ein Spiel gemacht zu haben. Ich habe schon noch Bock. Na, gegen die Pacers, komm. Komm, Team. Das könnte eng werden. Perfekt. Gehen wir rein hier. 1 Minute 32, 3 Punkte Abstand. Schönes Szenario. Leider nicht im Ballbesitz. Leider sind wir nicht im Ballbesitz. Wingate. Na, der Dreier. Der sitzt Gott sei Dank nicht und Barnes hat den Ball für uns erobert stark. Wichtig, ne? Jetzt kam unter einem Pasta-Zoglu rein. Jetzt haben wir Scotty Barnes. Charlison. Wohin mit dir? Wohin? Muss man nicht verstehen, sowas. Oh, der ist geblockt. Der war geblockt und jetzt hier Williams macht ihn dann leider rein. Pasta-Zoglu mal wieder mit einem Block, aber leider... Nein, 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 nein. Ich mache nur Scheiße gerade, ne? Das ist... schwach. Alter, Pasta-Zoglu fall doch nicht hin. Schwierig. Oh, der Rebound ist nicht bei uns. Jetzt hier Williams gegen Pasta-Zoglu. Wingate. Jetzt ist der Ball bei uns, okay. Jetzt muss es aber schnell gehen. Jetzt muss es sehr schnell gehen. Charlison kommt mit dem Drive. Macht ihn nicht rein. Pasta-Zoglu ruht sich dem wenigstens. Macht ihn rein, aber wir konnten nicht mehr two for one gehen. Oh, Ramirez mit dem Steal. Ramirez mit dem Steal und kein Entwohn, aber er hat die Chance von der Freiburg-Dinie. stark. Macht den. Macht auch den. Macht auch den. Vielleicht nochmal ein Steal. Leider nicht. Leider nicht. So, ne, ich will Bugs, der darf hier rein haben. Oh, was war das denn? Ey, komm, nochmal so einen. Komm, nochmal so einen. Er macht beide nicht rein. Er macht beide nicht rein. Und jetzt hier Bugsdale. Scotty stellt den Screen. Scotty Barnes stellt den Screen. Sie konzentrieren sich nicht auf Scotty Barnes. Der war schlecht. Der war schlecht. Müssen faulen. Und wer ist es wieder, dieser eine? Matty Smith ist es dieses Mal, ne? Der macht den. Schade. Komm schon, verwerf den, verwerf den, verwerf den. Er macht den leider. Okay, wir brauchen einen spektakulären Dreier. Wir brauchen auf jeden Fall Chester Pittman drin, ne? Vielleicht gehe ich sogar echt mit ihm. Aber Pittman wirft ein, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Hey, der Ball musste langsam halt rein, ne? Ja, zu spät. Ja, der war zu spät. Okay, wir verlieren das Game. Schade. Am Ende gewinnen hier die Pacers, ne? Die waren hier auch der große Favorit durchaus mit Matherin und Co. Aber hey, wir haben nochmal gegen gefeitet, auch wenn es leider nicht geklappt hat. Wir machen noch schnell die zwei Spiele, dass wir die Woche hier durch haben. Dann haben wir auch so knapp unsere, ne, da haben wir sogar genau 15 Spiele. Und wenn wir dann wirklich 5 zu 10 stehen, dann wissen wir, in welche Richtung es gehen wird wahrscheinlich. Wobei wir hier nochmal einen Sieg holen. Die Utah Jazz, also die Jazz sind seit einer Ewigkeit wirklich, ne, im Rebuild. Also die Utah Jazz sind wirklich seit einer Ewigkeit im Rebuild. Ich glaube, die waren nicht einmal gut, seitdem wir diese Karriere gestartet haben. Und wir gewinnen auch das Spiel hier, weil Ramirez einfach 34 Punkte drop, ne. Kann man mal so machen, stark. Auf jeden Fall. Werden wir mal so gucken bei uns in den Spieler-Stats. Mich interessiert mal, was da Zoglu hat. 1,5 Blocks pro Spiel, stark. Macht 10,7 Rebounds und die meisten Punkte macht Ramirez. Ja, Barnes hier 16 Punkte. Ich habe übrigens, seine Tendenzen ticken ja sogar schon hochgestellt gehabt, ne. Ja, Scotty, Scotty, Scotty. Ist Trade-Kandidat auf jeden Fall in der Zukunft, ne. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die Grizzlies ganz oben, das stört mich so hart, ne. Die müssten eigentlich im Osten sein. Äh, im Westen und nicht im Osten. Und Miami müsste eigentlich im Osten sein, aber gut. Dann ist es erstmal so, wir sind momentan auf Platz 10. Wahrweise wie 7 zu 8 stehen, das ist doch voll okay sogar, ne. Das ist sogar voll okay noch, ne. Müssen wir mal gucken, wie die Saison so laufen wird. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir gucken, wohin die Reise mit den Legions geht. Euer Lotion meldet sich ab und bye, bye. Bye. Vielen Dank.